ja moin leute wie ihr gesehen habt ist ja naja das besagte video was ich versprochen hatte im letzten video noch nicht online gegangen es hängt noch ein kleines bisschen an der firma aber das kommt noch versprochen dafür habe ich heute ein richtig geilen leckerbissen für euch ein ein technikbissen sozusagen und zwar geht es um die desk tour 2015 wer schon ein bisschen länger hier auf meinem kanal mit verweilt der weiß dass ich 2013 ende des jahres 2013 so oktober 2013 schon mal einen desk tour megamix gemacht habe und dieses jahr soll es wieder so sein was bedeutet denn desk tour megamix nun wir haben eine riesige ansammlung von schreibtischen nämlich von euren schreibtischen von deinem schreibtisch und das wollen wir dieses jahr wieder machen wir wollen also dass du uns deinen schreibtisch abfilmst und an mich sendest und dann machen wir dann geilen mix draus wir haben ein paar kurze richtlinien die schon wichtig sind zu wissen an die ihr euch auch halten sollte dann die du dich halten solltest denn nur wer diese richtlinien befolgt kommt auch im endeffekt ins video das hier sind die richtlinien also dein video darf maximal 30 sekunden lang sein alles was länger ist als drei sekunden wird nicht mit in die desk tour genommen das haben felix nicht so beschlossen denn felix macht auch noch mit und sendet seine was 120.000 abonnenten auch noch mit hier dazu dass die auch mit teilnehmen sollen also 30 sekunden lang das video hoffentlich ganz ganz viele einsendungen nummer zwei einsendeschluss ist der fünfte august bis dahin sollten all des tours fertig sein und ihr macht das folgendermaßen und zwar ihr ladet eure 30 sekunden des tour maximal 30 sekunden das tour hier auf youtube hoch als nicht gelistet also wenn man das video hochlädt kann man auswählen zwischen privat nicht gelistet und öffentlich und ihr geht auf nicht gelistet stellt dazu ein bestätigt das und sendet mir dann den link des videos an valentastisch gmail.com dann kann ich mir das ansehen da bitte nicht löschen erst wenn die desto mega mix dann online ist und wenn ihr das vorher löscht dann kann ich nicht mehr runterladen und dann auch nicht mit rein nehmen also nicht löschen bis zum fünften august an valentastisch gmail.com senden den link und dann seid ihr mit drin nicht länger als 30 sekunden und wenn ihr es richtig geil machen wollt dann lasst euch irgendwas kreatives einfallen für diese 30 sekunden und macht was richtig geiles draus würde mich auf jeden fall super super sehr freuen und den felix auch das video kommt dann hier online irgendwann nach dem fünften august je nachdem wie ich es schaffe das ganze auch zu schneiden und ich kann euch nur sagen es wird mega mega cool auch felix und ich werden teilnehmen und auch eine ganze horde an anderen technik youtuber die auch schon gesagt haben dass sie unbedingt mit teilnehmen werden also einfach mega cool desto mega mix 2015 kommt dieses jahr wieder 2000 wieder ja ich würde mich freuen über jeden einzelnen der teilnehmen ich freue mich auf dein setup video ganz egal wie es gefilmt ist kann mit dem handy sein es kann mit kamerafahrten sein lasst euch was einfallen macht kreativ macht ganz einfach alles ist okay maximal 30 sekunden ihr wisst wie es geht ich freue mich mega drauf und dann sehen wir im nächsten video wieder also macht's gut ciao